Aufgepasst, liebe Zuschauer, denn jetzt heißt es bei uns RTL Shop Einfach Mehr. Denn jetzt sind wir für Sie täglich 16 Stunden live da. Freuen Sie sich auf neue, tolle Produkte und mehr Abwechslung. Das ist Einfach Mehr, jetzt bei RTL Shop. Sonntag. Wir alle kennen es. Behördenärger, Hotline-Wahnsinn. Zurzeit sind alle Leitungen belegt. Und Produkte, die nicht halten, was sie versprechen. In dieser neuen Show hat Marco Schreil Themen an, die alle betreffen. Wir kümmern uns um Dinge, die Sie im Alltag nerven. Mit versteckter Kamera, spannenden Studiotests, Expertenrat und praktischen Tipps. V. Die Verbrauchershow. Sonntag um 19.05 Uhr. Hinter Gittern, der neue Roman. Wilhelminas Vorgeschichte. Ihr Leben zwischen zwei Welten. Die Serien-Highlights 2007. Neue Folgen. Neue Stars. Agnes. Ich will gerne alle Details verstehen, auch die, die für seine Unschuld sprechen. Halles Jennecke in Postmorte. Und wenn Sie ein Problem haben, dann ist immer jemand da, an den Sie sich wenden können. Marile Milowitsch ist die Familienanwältin. Lisa Fitz. Mit mir muss man immer rechnen. Dürfen wir rein? Die Gerichtsmedizinerin. Freispruch ist Freispruch. Kai Wiesinger in Die Anwälte. Erdogan Atalay bekommt Verstärkung. Mit Edi und Burkhardt. Alarm für Cobra 11. Wer bremst, verliert. Die Sonsage? Nein. Die Serien-Highlights 2007. Jürgen 2007.